Starke Frauen am Dienstag. Ihre Leidenschaft kostet sie den Job. Doch auch sie hat eine zweite Chance verdient. Willst du, dass ich mich in der Kirche bewerbe? Sie braucht eine Haushälterin. Können Sie das denn? Stephanie Stappenbeck ist die größte Versuchung für Stefan Luca. Ich mag Gabriel. Das ist doch gut. Aber er ist ein Pfarrer. Kann dein Liebes Sünde sein? Am Dienstag um 20.15 Uhr in Sat.1.